Das folgende Lied, das hat genau einen solchen Anlass und vor allem ist es auf zwei von unseren Platten schon wieder drauf. In der Urversion auf dem zweiten Gesicht und in der Version, wie wir es jetzt für euch spielen, genau, auf der Henker. Wir spielen für euch Equinox. Musik 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 Musik